so ich habe null ahnung mehr was hier die ja was hier die ansage war was für gegner wir hier treffen ich erinnere mich so ein bisschen an euch meine freunde mit doppelsprung ist das ganze schon wesentlich einfacher habe ich den eindruck auch wenn der gerade da oben irgendwo und nirgendwo verschwunden ist das wollte ich eigentlich nicht aber gut ja komm du mal her genau den hätten wir den hätten auch die kriegen wir jetzt mit einem schweren schlag sogar dauern also das ist schon so wie war das noch mal ich wollte den glaube ich auf dem screen behalten kann ich gar nicht dann vergiss es okay genau die wenn man die beiden auf dem screen behält ging es auch relativ gut sich noch mal aufzuheilen wobei es ganz gut ist erstmal einzuklatschen glaube ich genau da kann man sich ein bisschen heilen und dann aber es ist so viel einfacher also gerade jetzt auch die ersten formen hier ist vielleicht jetzt auch ein bisschen die beiden sterben sowieso wenn ich das richtig in erinnerung habe genau und auf den wollte ich eigentlich nicht gehen genau das habe ich auch noch richtig in erinnerung oh gott na der hat mich jetzt gut geohnt aber das gute ist dass man sich in der form hier eigentlich auch ganz gut wieder aufladen kann wenn man nicht so dämlich sich anstellt genau und sich auch vielleicht noch ein bisschen seele wiederholen kann das einzige problem tatsächlich ist dass wir dadurch dass jetzt die gegner so schnell töten eben auch keine seele mehr so gut auffrischen können wie man hier super sieht den schön nach da unten geklatscht aber es ist so angenehm mit einem doppelsprung kämpfen zu können das macht diese abschnitte hier so viel einfacher ich habe vergessen aber die sind auch irgendwie ziemlich langsam oder kommt mir das nun so vor irgendwie schon ja das war jetzt kam glaube ich die ja jetzt kam die ja die todbringer richtig ich erinnere mich wow ok ah und da kam die phase richtig die eklige phase kam erst danach aber die sterben jetzt auch so viel schneller drei normale schläge mein gott also das geht auch alles viel schneller jetzt hier das ist schon super angenehm hätte ich nie für möglich gehalten dass das noch mal so angenehm wird so angenehm vielleicht doch nicht da sollte man sich vielleicht nicht unbedingt heilen aber es hat irgendwie dann doch funktioniert ok was ja hier sollte man im idealfall immer mit vollem leben rausgehen glaube ich und vielleicht auch voller seele das habe ich jetzt nicht ganz geschafft aber gut es wird jetzt kommt die phase mit dem luftkampf richtig auch da kann ich mich erinnern so ganz dezent aber wie schnell die einfach sterben wenn jeder gegner nur einen schlag braucht das ist so angenehm das ist unglaublich okay die brauchen immer noch zwei schläge aber ok ja und den erinnere ich mich auf jeden fall auch noch da musste man irgendwie so hier genau ihn machen wie viele probleme ich hier teilweise früher hatte das ist wow 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 also das ist super angenehm okay jetzt kamen die phasen die nicht mehr so super angenehm waren ich erinnere mich auf jeden fall und den in der mitte wollte ich eigentlich stehen lassen aber auch das könnte ich mir mit doppelsprung glaube ich deutlich besser vorstellen genau weil den haben wir jetzt schon mal down sonst mal den mantis irgendwie ach das war nicht so clever genau du machst den da und dann haben wir dich dauernd perfekt und die da jetzt sollten eigentlich auch mit einer mit einem großen schlag wahrscheinlich sogar sterben ja jetzt können wir den ja locker einzeln killen jetzt jetzt kam die eklige phase aber die können wir auch nach hier oben verlagern damit hat er unten nämlich gar nichts mehr zu sagen quasi und den da oben am besten auch wieder rausnehmen ja guck mal da die unten die die sind uns völlig egal jetzt in der phase das ist so krank mit dem doppelsprung wie viel einfacher ist das macht mein gott ich meine ich will jetzt nicht zu früh sagen dass wir das den kampf jetzt locker schaffen später der luftkampf wird mit sicherheit noch mal eklig da bin ich relativ überzeugt von aber nichtsdestotrotz wie oft wir in dem abschnitt hier schon gestorben sind früher oh gott aber die sterben jetzt auch mit einem schlag wow ok krass das ist angenehm also von daher ich bin positiver dinge dass wir das hier deutlich angenehmer schaffen werden aber man muss auch sagen es wäre auch ein bisschen schade gewesen eben nicht mal zu erfahren wie schwer das hier teilweise sogar sein kann ähm weil es das auch irgendwie wow also ja das war mein mini boss ne also just saying gut die viecher mag ich immer noch nicht so sehr aber die sterben jetzt mittlerweile auch mit zwei schlägen was auch super angenehm ist und der stirbt halt mit einem schlag ne das ok da habe ich den doppelsprung jetzt ein bisschen ausgiebig eingesetzt ok einmal heilen noch und dann das war irgendwie seltsam aber gut neun ich dachte da hätte ich ihn nochmal getroffen neun er hat mich am heilen gestoppt ok daran habe ich jetzt nicht mehr gedacht also drei schläge sind ungefähr ein schwerer oh wow damit habe ich nicht mehr gerechnet oh wow damit habe ich auch nicht mehr gerechnet der ist super zum heilen ja und jetzt kann man sich nochmal ein bisschen aufladen ok perfekt so jetzt kam die verkleinerte wand ach das war dämlich ich wollte schon sagen wenn ich das jetzt getroffen hätte das wäre ein bisschen peinlich gewesen so die konnte man super ausnehmen mit der fähigkeit daran erinnere ich mich noch oh nochmal daran erinnere ich mich nicht mehr so richtig aber gut so jetzt kam der boss ok bei dem weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr so ganz genau wie man ihn besiegt und das war dämlich das weiß ich noch aber man kann ihn teilweise sogar tanken habe ich den eindruck teilweise ah teilweise sehr teilweise wie man da ausweichen soll das ist mir ein rätsel aber gut jetzt kommt der luftkampf ich bin voll geheilt mehr kann ich nie machen wie war das nochmal ach ja einfach unten stehen bleiben und warten genau keine panik haben das war hier die devise die sind aber auch ein bisschen schneller geworden habe ich den eindruck oder vielleicht ist meine reaktion auch einfach langsamer geworden wer weiß so und jetzt kommt der luftkampf und jetzt wird das ganze eklig jetzt bin ich gespannt wie gut das hier klappt ok den kann man schon mal direkt rausnehmen na fuck ja das tut schon mal weh das war super den direkt rausnehmen die darf man einfach nicht zu schnell angreifen da muss man warten bis sie ready sind quasi oh ja wie man da ausweichen soll das hinterfrage ich mal nicht und hier bin ich glaube ich immer gestorben wenn ich mich nicht täusche aber wenn es halt auch eine energie mehr was schon mal hilft und das hilft auf jeden fall auch so jetzt wäre es ganz nett wenn man danach irgendwann mal sich wieder aufheilen könnte dürfte irgendwann das war jetzt nicht so besonders schwierig das jetzt auch nicht besonders schwierig oh ja oh ja gib mir das gib mir das gib mir die Heilung ok hier waren wir noch nie sehr gut ähm das ist aber trotzdem eine ziemlich uncoole Phase wenn ich das mal so sagen darf weil die kommen hier einfach ohne Ende what the fuck kommen die hier ich heile mich einfach die zerstören sich schon irgendwie selbst ja 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 so Boss oder ne immer noch immer noch normale Gegner ok und die Phase hatten wir an sich schon mal die sollte jetzt nicht allzu krass sein ach shit ach shit bisschen aufheilen ah damit darauf hätte man kommen können aber ich lasse den Ritter am besten stehen weil der ist super weil der einen auf große Distanz nicht angreifen kann und man da ein bisschen sich heilen kann gegen den so jetzt muss ich auf jeden Fall den Mantis da oben kaputt machen genau so die sind jetzt beide langsam super um sich zu heilen und das funktioniert locker ok vielleicht mich sogar noch ein bisschen mehr auffrischen sollen ok jetzt kommen die nochmal in Kombination komm schon ja der hat sich gut beschützen lassen ok den ohne die Plattform zu haben ist auch ein bisschen ungewohnt tatsächlich aber funktioniert ach Gott juhuhuhu es ist ein langer Kampf man will nicht verkacken an irgendeiner Stelle aber ich fühle mich jetzt auch nicht so krass bedroht tatsächlich an den meisten Stellen also es geht die meisten Viecher halten immer noch eine ganze Menge aus aber das hier finde ich jetzt ein bisschen zu redundant tatsächlich also ok es kommen immer mehr Gegner das merkt man dann schon aber es ist so viel einfacher über diese Wand wow das war ein Multi-Kill irgendwie krasser Shit so jetzt ein Boss oder ja es ist zu lang Pause um jetzt keinen Boss zu geben was wer bist du Gottes C what ok du spawnst ach ne du bist du bist der Reiter ok ich weiß nicht ob es sinnvoll ist hier einen erst rauszunehmen ja es wäre tendenziell sinnvoll wobei ich den Eindruck habe dass der Schwertkämpfer oder die Schwertkämpferin eher ziemlich langsam ist so und ich habe ein bisschen Angst dass der Kampf deutlich schwieriger wird wenn man einen killt aber es scheint auch jetzt schon nicht so angenehm ich meine die sind beide ziemlich langsam aber ich finde es trotzdem schwierig dem auszuweichen weil sie einen ziemlich großen Teil vom Screen einfach abdecken ach Gott ja das ist oh man ja ich sehe ja was er macht aber es reicht halt trotzdem nicht um da ach da oben kann ich nicht ok ach man ne das wird so nichts wenn ich das so weitermache hä den habe ich überhaupt nicht gesehen ja ok ah ok eigentlich nicht so krass schwer der Boss finde ich aber ich war gerade ein bisschen überfordert mhm größte Schwierigkeit der eine Gegner macht fast gar nichts aber blockiert halt einen Teil vom Feld während der andere ziemlich viel macht und man irgendwie mit klarkommen muss was er genau macht das tut ein bisschen weh tatsächlich ähm aber ich bin doch überzeugt davon dass wir das irgendwie bald hinbekommen insbesondere weil ich mich am Anfang halt ziemlich dämlich angestellt habe also das muss man schon sagen vielleicht wäre es tatsächlich sogar am cleversten da ähm einfach mal Kamikaze zu spielen also alle seine Seelenfähigkeiten rauszuhauen wobei ich schon den Eindruck hatte ich meine man kann sich gut heilen man muss halt wirklich nur darauf achten wann spuckt er seinen Mist ja und wo spuckt er ihn hin mittlerweile habe ich rausbekommen dass es halt ziemlich zielsuchend ist das heißt wenn ich einen Schritt gehe und dann bin ich eigentlich ziemlich sicher ähm das sollte eigentlich nicht so das Problem sein dann so machen wir die Fliege oh nach unten geht die Reichweite da gar nicht da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein das funktioniert dann ganz gut aber ist schon wie gesagt ziemlich krass finde ich wie viel einfacher das Ganze geworden ist ich meine die Luftphase finde ich immer noch ein bisschen krass aber das Problem also was ich ein bisschen schade finde ist die Diskrepanz zwischen der Luftphase bam das war eine Kombo ähm die Diskrepanz zwischen der Luftphase und dem Rest also weil der Rest ist halt wirklich fast gar nicht mehr schwer während die Luftphase einem immer noch Probleme machen kann selbst mit Doppelsprung ähm und das ist schon fast ein wenig traurig wie viel Unterschied es da gibt lachen die eigentlich über mich? ich also die Zuschauer hier in dem Kolosseum ich hoffe nicht euch wird irgendwann das Lachen vergehen oh Gott insbesondere dann wenn wir euren Super Macker irgendwie ausgenommen haben so und die halten zwei von den krassen Schlägen aus oder nur einen ich bin mir da ein bisschen unsicher okay das funktioniert auf jeden Fall und du bist auch kein Problem mehr auch das macht so viel einfacher wenn man da nur einen Schlag reinhauen muss ne und dann nicht so krass paniken muss die ganze Zeit ich glaub hier war wirklich die Devise einfach bleib am Rand stehen genieß die Aussicht genau irgendwie sowas okay den hab ich jetzt irgendwie nicht erwischt die Phase mit den ganz vielen von den Dingern find ich lustig aber irgendwie auch verstörend du tendierst ja dazu dein ganzes äh Leben irgendwie äh ne oder danach kam noch mehr Phase ja ja doch danach kam noch eine ganze Menge anderes Zeug ähm weil ich grad sagen wollte du tendierst dazu dein Leben für den Boss oder deine Seele für den Boss zu verschwenden weil dich die ganze Zeit heilst aber auf der anderen Seite muss man sagen beim Boss war tatsächlich gar nicht so äh viel notwendig ähm beziehungsweise wir haben uns eh wieder hochheilen können das war eigentlich nicht so das Problem so aber das hier ich mein die spawnen schneller als ich äh die spawnen fast nicht schnell genug als dass ich sie killen kann das ist schon äh bahnbrechend dieser Unterschied was so ein anderer Nagel doch ausmachen kann krass hätte ich nie erwartet dass es so ein krasser Unterschied wird aber ich mein ich beschwer mich nicht auch wenn wir es vielleicht hätten mit einer Nagelstufe höher nochmal probieren können krass da hab ich einen Walljump irgendwie dran gemacht ja eigentlich wollte ich den den anderen da stehen lassen dich da will ich oh dich da will ich stehen lassen hab ich gemeint okay na jetzt kommen halt die dämlichen Gegner zusammen das müssen obwohl der ist einzeln perfekt jetzt kommen sie zu dritt ja das war der eklige Kampf der kann sich hier immer noch gegen heilen aber es ist schon nicht mehr so angenehm oh Gott okay ich wollte schon sagen es kann ja nicht sein dass ich jetzt beim zweiten Mal mehr Probleme habe mit dem Kampf als beim ersten Mal aber offensichtlich ist es so ach komm schon ich glaube beim ersten Mal habe ich einfach mehr Kamikaze gespielt das war vielleicht gar nicht so unkleber ja alles verdattelt aber ja die zweite Phase ist auch oder ich nenne es jetzt einfach mal zweite Phase dadurch dass man die auch mit einem schweren Schlag eben kriegt ist es auch deutlich angenehmer oder auch nicht hallo okay jetzt will er mich aber verarschen hier ey immer so ein ganz kleines Stückchen zu wenig ne so du nochmal genau soviel zu die zweite Phase ist deutlich angenehmer ach hier kommt nochmal einer wo bist du hallöchen hab ich ihn gebackt ich hoffe nicht da ist er okay verschwindet schon eine extrem lange Zeit man kann hier zumindest recht gut Seele wieder regenerieren wenn man nicht so viel Leben verlieren würde wie ich gerade ja genau dann nicht irgendwie habe ich keine Regenerationsphase mehr okay jetzt ja genau so passt das auf jeden Fall wieder oh Gott du bist obwohl die jetzt mit einem Schlag tot sind finde ich die immer noch ziemlich eklig weil es relativ schwierig ist die auseinander zu nehmen hm okay Doppeltreffer war gut das ist immer ein bisschen ärgerlich wenn dann der Boden unter dem Füß zusammen bricht ja damit hätte man rechnen können damit hätte man nochmal rechnen können damit hätte man nochmal rechnen können aber diesmal war ich schnell genug schon krass dass der wirklich die Fernkämpfe auch hintereinander mehrfach ausbämmt ich denke mal man ist dann geschützt wenn man den Eimer überlebt hat quasi so jetzt machen wir nochmal jen hier und dann machen wir nochmal jen hier ja also ich glaube in der Phase ist kamikaze wirklich am besten ich glaube das ist die einzige Chance die man da hat um auszuweichen wirklich die Wand hochzukraxeln oder halt auf die andere Seite sofern er das zulässt aber es lässt er halt auch nicht immer zu ne perfekt ja der Miniboss ist wirklich manchmal ein bisschen ärgerlich das ist den zu klatschen sollte manchmal keine Walljumps machen weil man schon nur so engen Raum hat aber es macht so viel Spaß die Walljumps zu machen es ist schön hier eine Beweglichkeit endlich zu haben in dem Kolosseum das ist tut sehr gut ich glaube auch bei weitem nicht dass es geplant war vom Spiel dass man hier ohne Doppelsprung hingeht aber das sei mal dahingestellt jetzt hab ich mich hier unten ein bisschen einsperren lassen ok so passt das du bist auf jeden Fall gleich rausgenommen und du es ist immer schön wenn man die im Flug rausnehmen kann ah shit das hat ein bisschen das hat auch ein bisschen weh getan ja ich glaube wenn man ganz oben oder ganz unten verweilt ist es wirklich am besten aber wir hatten immer noch keine Aufladung wenn ich mich da richtig entsinne also perfekt jetzt kann man glaube ich die Aufladung oder ach ne jetzt kamen die einzelnen ok das war close jetzt kam die Plattform ok puh das war knapp da hätte ich beinahe nochmal auf die Fresse gekriegt ich mache einen Plattformverteidiger hier ich meine der einzige Sinn hier von der Phase ist dass man sich irgendwie aufheilt glaube ich irgendwie ein bisschen Seele regeneriert indem man teilweise mal die Gegner trifft oder nicht und ich glaube das hier haben sie wirklich als Aufladephase gemacht weil mittlerweile merkt man dann doch die braucht man ja und wenn man sich so gut anstellt wie ich gerade dann braucht man sie auf jeden Fall was ok komm du mal her der will nicht herkommen ne irgendwie der wollte gerade keine Attacke machen frag mich nicht warum ok ok an dem kann man sich auf jeden Fall nochmal schön aufladen der bewegt sich ja quasi kein Stück ach man sowas muss da natürlich auch nicht sein ich traue mich nie nah genug an den Rand wegen dieser dämmlichen Kugel und der haut halt auch immer gut ab finde ich perfekt ok das klappt dann doch ein bisschen ok das hat funktioniert hier laden wir uns mal in zwei Phasen auf damit wir gleich wieder bei full life stehen nach Möglichkeit aber halt keine volle Seele haben das tut ein bisschen weh ui das war knapp 1,2,3,4,5 die Art und Weise des Kämpfens finde ich immer noch am coolsten da einfach auf den Gegner drauf springen oh das war knapp wenn alle fünf hinter äh alle drei ja alle fünf genau die drei Typen hier und ihre Projektile wenn die alle auf dich drauf laufen das ist ein bisschen weird ok final ich glaube das war das final jetzt ist auf jeden Fall schön inszeniert hier ich finde man hätte noch ein paar mehr Schritte machen können aber so im Großen und Ganzen schon eine coole Idee so du kriegst erstmal direkt auf die Fresse wenn du rauskommst ich meine die ist wirklich super langsam aber das Zeug bleibt auf dem Boden ach man hallo ok das war uncool das war auch nochmal uncool ok ok das war auch uncool ja wenn wenn die Spucke damit komme ich immer noch nicht so ganz klar muss ich sagen aber damit sollte man mittlerweile klarkommen ok aber der kann auch beliebig weit zurückspringen das ist auch spannend das war mir auch so nicht bewusst ach man die Spucke die von der Wand abprallt ach da oben darf man nicht hin hier einfach direkt drüber ok ok naja genau komm du mal her am besten mal zieh den wirklich direkt hier ran oh Gott das war nicht so clever zum Glück ist die Reichweite davon beschränkt das tut echt gut ah da oben kann ich wieder nicht hin das habe ich vergessen ok das war eine super Aufladung und er kann zum Glück nicht weit genug spucken aber daran denke ich dann nicht ok jetzt macht er auf jeden Fall mehr shit das Monster wahrscheinlich weil ich jetzt seinen Kumpan gekillt habe das wäre ansonsten oh auch ziemlich langweilig oh mein Gott also gegen das Vieh habe ich immer noch Probleme das ist dadurch dass er beliebig zurückrollen kann das erinnert mich ja ein bisschen an die Wächter von dem ähm nach von der Sternwarte oh Gott diese Spucke was was hat mich da jetzt gerade getroffen genau geh du mal zurück ah perfekt ok sie haben jetzt nicht so viel ausgehalten aber es ist auch noch kein Achievement da das heißt es kommt vielleicht noch was der König selbst nein es war's jihau aber ah jetzt haben wir das Achievement sehr gut der Nare wir sind der Nare geworden finally 3.020 herrliche Geo die uns überhaupt nichts mehr bringen nebenbei bemerkt aber es sieht schön aus 4.800 Geo zu haben so und damit haben wir alle Prüfungen abgeschlossen wenn ich das richtig sehe weil hier das ist keine Prüfung mehr und hier das ist offensichtlich nur der Durchgang nach unten und damit sind wir hoffentlich zufrieden hoffe denke ich mal ich weiß nicht am Ende was ich ein bisschen schade finde ist dass das Ende nicht ein krasser Knall war also ich meine für den Kolosseum ist der Endboss schon cool gewesen irgendwo ja ich denke man kann ihn so stehen lassen ich meine das das größte Problem was wir haben ist die Tatsache ich muss ihn jetzt nicht so krass lernen weil ich immer noch zu stark bin eigentlich also ich denke schon dass das Moment mal erzählt er uns jetzt vielleicht was anderes Willkommen zurück Krieger ein echter Knall kämpft weiter auch wenn es keinen Ruhm mehr zu erlangen gibt geh zum Brett und setz dein Zeichen zeig uns wie närrisch du wirklich bist Tja ist die Frage gibt es hier jetzt noch einen Prestigemodus oder naja eigentlich es sieht nicht danach aus wenn ich hier noch irgendwie was Neues entdecken sollen könnte dann gib mir gerne Bescheid dann gucke ich auf jeden Fall nochmal nach aber mir scheint jetzt nicht so ähm warum gehe ich jetzt nochmal zurück ganz einfach weil ich die falschen Talisman habe und ganz gerne doch meine normalen Talisman wieder einpacken würde ähm weil das Geo mitzunehmen ist dann doch vielleicht gar nicht so schlecht äh das packen wir raus das packen wir raus stattdessen hatten wir den Wegekompass drin den Geo-Schwarm und die Spinnis Webelied hey hallo ich hoffe ihr habt mich nicht vermisst meine Freunde hehehe ja aber erfolgreicher Kolosseum Kampf dass man gegen den Boss einmal verliert ja hätte vielleicht nicht sein müssen ich hab ein bisschen zu spät sein Bewegungsmuster erkannt aber ich glaube der Trick ist wirklich stell dich möglichst nah an die Wand aber halt nicht über ihn wenn er gegen die Wand dasht und dann funktioniert das alles so wie du willst und sobald man einmal den den Kämpfer selbst raus hat der ja quasi nichts macht aber einfach nur den Weg blockiert ähm ist das auch wieder viel angenehmer also in der Hinsicht ein durchaus machbarer Boss Boss und das auch ein bisschen